Hi, ich bin der Ralf und ich darf euch heute Atomix neue Frisky Bindung vorstellen, die Warden 13 MNC. Die Warden 13 MNC steht für eine ganz neue Bindungsgeneration. Sie hat inspiriert aus dem Backcountry dieselbe oversized Plattform und denselben Vorderpacken wie unsere Tracker Bindung. Vor allem ist die Warden 13 die erste Bindung, die für alle drei genormten Schuhsohlen am Markt zertifiziert ist. Egal ob es die DIN-Normsohle ist, ob es die WTA Walk-to-Ride-Normsohle ist oder die Turing-Normsohle. Die Warden 13 MNC ist 30% breiter wie vergleichbare Bindungen. Also perfekt abgestimmt für progressive, breitere Ski und ist natürlich vollgepackt mit Features. Die Atomic Warden ist die perfekte Frisky Bindung. Sie liefert dir auf und abseits der Pisten, perfekte Kraftübertragung, präzise Steuerverhalten sowie Dämpfung bei leichtem Gewicht.